jammer leute euer bionix im start wir legen direkt los denn wir haben heute noch viel vor das ist part 3 von den drei videos auf die ich die ganzen updates hier aufgeteilt habe weil es sonst einfach viel zu viel content wäre aber morgen 19 uhr geht's los gegen 19 uhr muss man sagen blizzard schafft das natürlich nicht immer genau auf den punkt das zu starten aber wir werden ab 19 uhr dienstag abend also morgen abend auf twitch der link ist in der video beschreibung den neuen patch ausprobieren sobald das update da ist deswegen gehen wir jetzt rein und gucken was uns noch erwartet wie gesagt die anderen zwei videos sind schon auf dem kanal schaut euch die gerne an bevor ihr das hier guckt und dann gehen wir mit dem hier in das letzte drittel was erwartet uns noch ich glaube piraten wildtiere murlocs all diese sachen haben wir noch nicht gesehen und deswegen legen wir jetzt los was kommt noch neue piraten tavern 2 gift pilferer upgrading the tavern costs one less das ist quasi nur ein change zum deck swobby aber der ist jetzt tavern 2 und nicht mehr tavern 1 dafür hat der 1 hp mehr ich glaube dieses 1 hp rechtfertigt nicht die tavern tier und man kommt bekommt den deutlich später deck swobby auf tavern 1 war immer sehr stark deswegen jetzt die economy 1 höher gemoved aber das haben sie ja letztens schon mit dem shale collector gemacht und mit dem element die sind ja auch beide auf tavern 2 hochgegangen das heißt die economy units werden hier nach und nach scheinbar hochgezogen wir werden sehen ich denke wir werden jetzt gleich unten decks vor wie sehen dass er rausgeflogen ist sky pirate flag bearer haben wir dann noch hier am anfang des kampfes bekommen alle anderen piraten todesröcheln und die schwören dann an 1 1 1 pirat der sofort angreift kennen wir vom scalewack der 3 1 er der hat diesen effekt quasi und als vierer unit wenn man schon einige piraten ist das relativ starkes tempo würde ich sagen vor allem wenn man ripsnore captain hat der dann noch attack buffs drauf packt von daher gute tempo unit man müsste ihn halt nur beschützen man muss sie nicht mehr beschützen weil es ist ja start of combat und dann haben das alle wenn er dann stirbt ist das egal also durchweg gute karte also early piraten tempo möglich kurs control man jetzt gucken wir mal ab tevern 5 was die artwork finde ich schon mal witzig todesröcheln für den rest des kampfes immer wenn ein pirat beschwört wird bekommt dieser plus vier attack wie viele piraten beschwört man außer bei ihm haben außer scalewack keine piraten großartig todesröcheln die piraten beschwören ach ja wir haben noch tevern 5 den piraten der drei scalewack spawnen und die spawnen dann wieder was also auch nicht schlecht man würde also mit denen openen und braucht dann nicht mehr die angst haben dass ripsnore captain gesnipet wird und hat den effekt permanent interessant ich bin mal gespannt ob man wenn man die sachen stackt quasi den alten leiser bild wieder aufleben lassen kann das geht ja in die ähnliche richtung mit den attack buffs hier und da haben wir noch 9 tevern 6 pirate immer wenn dann immer nachdem man ein minion gekauft hat bekommt dieses sets entsprechend seiner tier naja wer bekommt die after you buy a minion und dann gain stats equal to its tier bekommt es das minion oder bekommt das dieser der eisfischer das wäre halt wichtig zu wissen wenn er das ist kann man ihn natürlich sehr gut hoch pushen und durchrollen weil die stats dann immer wieder auf einer units decken fände ich besser wenn das für die jeweilige unit ist ja gut man hat irgendwann alle units eh ein bisschen gebufft und dann bringt einem selbst ein 6-6 buff wenn es eine 6er unit ist die man kauft auch nicht mehr viel das heißt bin ich nicht so der fan von und ist es wieder minion das wäre schon cool wenn das pirate spezifisch wäre aber naja minions die geändert beziehungsweise ja geändert wurden oder zurückkehren ist der saucy busker battle cry game one gold next turn den kennen wir so schon der kommt halt wieder und der primate geht von tavern 4 jetzt auf tavern 5 hoch weil viele mit den todesröcheln echt gutes gold gefarmt haben der gibt halt immer ein gold wenn todesröcheln auslöst für next turn und haben wir ja gesehen hier jetzt todesröcheln hier jetzt kriegen alle todesröcheln den zu kombinieren mit dem primate wird auf jeden fall sehr viel gold geben von daher bin ich gespannt ob man jetzt early game piraten tempo gut hinkriegt und dann noch gut gold fahren kann und dann ein high end bild baut würde ich mich darüber freuen habe ich bock drauf ja karten die uns verlassen ist natürlich decks vor wie haben wir gesagt haben wir schon gesagt der fliegt raus der free dealing gambler fliegt raus auf der wand 2 das war der den man kauft und für drei gold wieder verkauft ist schade hat einiges ermöglicht ist unmittelbarer nur für gallywigs zum beispiel und alle anderen zeichel alle helden die zeicheln wollen halt und underhanded dealer fliegt raus das ist der wand 5 der immer wenn man eine wenn man gold bekommt hat der stats bekommen das war auch cycle pirate das heißt wir gehen ein bisschen weg von cycle pirates und ein bisschen mehr hin zu den eliza attack buff death rattled pirates mal gucken ob die vom tempo her stark genug sind um nachher auch mit high end builds mitzuhalten das sehen wir jetzt an den passenden trinkets dazu die kleinen trinkets sehen wir hier ganz schnell immer wenn ein befreundes minion angreift bekommt es plus vier attack das ist quasi der rips noch captain buff noch mal extra als trinket dann haben wir die das schiff in der flasche das hat am anfang des kampfes bekommt man und beschwört einen zufälligen pirate beschwören natürlich nur wenn man board space hat aber auf die hand bekommen tut man den auf jeden fall deswegen ist es erst get und dann sammeln andersrum wäre sammeln und get dann wäre das der alte yasha rush zum beispiel der war so den haben sie auch gechanged und es attackiert sofort dass es auch nicht nicht schlecht funktioniert auch mit diesen mit diesen attack buffs und so weiter also geht alles in diese viele pirates mit todesröcheln beschwören oder sonstigen effekten und dann attack buffs drauf rein 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 tempo 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 mal gespannt ob das die einzige identität wird die pirates dann noch haben und dann haben wir noch das windrunner necklace hier das ganze linke minion hat plus vier attack im combat das heißt sind alles keine permanenten buffs hier sondern alles in combat buffs muss man schauen weil alles diese in combat sachen die haben relativ schnelles cap und man wird dann nicht noch noch stärker deswegen mal schauen inwieweit das funktioniert so und dann die großen trinkets dazu bellet das porträt klar belles kennen wir für jedes gold das wir ausgegeben haben geben wir einem pirate hp und den bekommen wir quasi jede runde das heißt da können wir so ein bisschen die unit die nicht gesnipet werden soll wie zum beispiel eine leiser schön hp drauf geben damit die nicht gesnipet wird wo bin ich denn jetzt gelandet ja hier dann aber die chest die kleine schatzkiste in jedem kampf nachdem drei piraten angegriffen haben bekommt man ein gold im nächsten zug und das geht dreimal aha das heißt nach drei pirates nach sechs pirates nach neun pirates dann hat man plus drei extra gold plus drei extra gold wie viel ist das wert im late game rollt man die eh schnell weg deswegen muss man gucken wenn man das früh hat ab tor 9 kann man greater trinket haben vielleicht geht das geht es dann doch noch irgendwie aus dem tempo pirate bild doch noch in den apm pirate bild zu transition bin mal bin mal gespannt denn admiral bleibt ja scheinbar drin und wir kriegen einen neuen six drop mit dem man sachen kaufen will also ja vielleicht kann man da noch mal was machen dann haben wir das fancy spell book wenn man sieben gold ausgegeben hat bekommt man einen zufälligen tavern spell das geht in die gleiche richtung wie der admiral also da doch eine cycle mechanik bin gespannt ob die halt möglich ist zu bekommen oder ob alle frühes tempo spielen und dann haben wir das windrunner necklace in groß anstatt acht attack kriegen wir jetzt zwanzig attack auf die ganz linke einheit besonders gut wenn es natürlich der cleave ist von den pirates ja das sind die pirates damit gehen wir in die undead rein neue undeads haben wir hier tavern 2 äh kampfschrei beschwört ein 1 1 sklead vorteil an beschwören mit kampfschrei ist dass wenn man man braucht natürlich board space aber man kann daraus wieder gold machen ähm und das sklead plus ähm zum beispiel zwei sklead bekommen indem man den bonehead killt wären dann ein triple zum beispiel ne da muss man dann gucken ob das gut funktioniert und dann haben wir cadaver caretaker der hat äh tavern 4 todesröcheln beschwört 4 1 1 sklead schwierig hat man so viel board space um den dann zu töten mit einem grave robber glaube nicht aber natürlich sind 4 1 1 sklead wenn man attack buffs hat bei untoten absolut stark und wenn man auf den noch reborn kriegt wird das wahrscheinlich die nächste key unit werden anstatt was haben wir denn da hand hand hat den vorteil die spawnt drei sachen aber nacheinander auf einem board space bei dem braucht man halt board space am ende ähm ja man hat bonehead den tavern 1 dann hat man handless forsaken auf der 3 und jetzt hätte man ihn für die großen attack buffs mit 4 unit danach noch kann also weiterhin funktionieren man muss nur gucken dass er relativ spät stirbt dann haben wir bei den max letztens im video schon gesehen wir haben jetzt einen undead mac der magnetic hat das kann auch auf untote magnetisieren und man kann dadurch reborn auf eine karte geben deswegen ist es halt auch undead ähm und der große trick wird halt sein den erstmal aufs board zu spielen ohne zu magnetisen da gottes schild drauf zu geben durch das modul und den dann zu trippeln und die goldene version die das gottes schild hat dann auf einen untoten zu geben so kann man dann auch auf untote das gottes schild geben der von max das wird eine interessante combo werden glaube ich und ansonsten auch kontrolliert auf irgendwas reborn geben kann ganz gut sein würde ich sagen dann haben wir die thundering abomination tavern 4 ähm immer wenn man ein minion beschwört bekommt es plus 2 plus 2 und wenn da und wenn kein board space dafür ist dann bekommt diese unit hier plus 2 plus 2 permanent das heißt der nachteil wenn man kein board space hat zum spawnen mit dem wird dann in einen kleinen vorteil umgewandelt in dem der hier permanent und da so kann man das dann ein bisschen kombinieren haben sie ganz clever gemacht finde ich auch eine ganz gelungene sache und einen neuen five drop bekommen wir auch noch catacomb crasher ganz nett ähm immer wenn man einen minion beschwört das nicht aufs board passt also quasi das wording if there is no space and doesn't fit in your warband ist glaube ich das gleiche in dem fall ähm bekommen alle minions plus 1 plus 1 permanent das heißt man kann ruhig alles voll klatschen und es ist einem relativ egal oder es ist sogar gewollt dass man kein board space hat damit man das hier in permanentes plus 2 plus 2 oder permanente plus 1 plus 1 board buffs umwandelt das ist natürlich dann eine neue art und weise ähm untote zu scalen und finde ich daher relativ spannend vor allem weil es halt wirklich oft ein ein ähm problem ist was man mit untoten hat dass man nicht genug board space hat wie oft hat man einen titus und einen eternal summoner und möchte noch mehr ritterspawn aber hat den platz gar nicht ne oder der todesröcheln vom summoner löst zwar noch aus aber das reborn nicht mehr und so und hier kriegt man diesen nachteil zumindest ein bisschen in permanente sets umgewandelt und dann haben wir xylo bone der nochmal zurückkehrt ähm immer wenn ein minion in combat beschwört bekommt dieser permanente ap ich glaube man kann gar nicht zu viele units spielen die von einem spawnen profitieren denn man möchte ja auch units spielen die wirklich was spawnen und wenn man hier thundering abomination catacomb crasher und xylo bone spielt dann das beschwört man schon nicht mehr so viel also da die balance zu finden wird so ein bisschen der trick sein hateful hack verlässt uns dafür das ist der der angreift und dann der benachbarten unit reborn gibt nightbane verlässt uns finde ich gut das war ein bisschen toxic mit diesen high attack todesröchel builds ähm der fliegt raus ähm die hungering abomination das war immer wenn man beschwört ist die gescaled dafür haben wir jetzt eine tavern tiefer halt diese art der abomination ähm finde ich die hier interessanter als die ähm tavern 5 weil die tavern 5 war meistens eh zu spät und sister deathwith verschwindet das war immer wenn man rebound hat man plus 1 plus 3 stats bekommen da finde ich aber die den catacomb crasher ein bisschen interessanter und der geht ja in eine ähnliche richtung von daher nicht schlecht ähm ähm und definitiv ein bisschen früher stats zu erreichen mit den untoten die trinkets dazu ähm artisan urn also die urne haben die untoten plus 3 attack das funktioniert instant sehr gut dann haben wir den bequemen sarg ähm äh immer wenn man einen tavern spell äh ausspielt ähm ähm haben die untoten plus 1 attack für dieses spiel egal wo die sind also hier durchweg diese plus attack unit eternal night sachen also hier haben wir eternal night porträt man bekommt ein eternal night am start des kampfes und deine eternal nights haben spott und ähm das ist strong man kriegt wenn man damit früh ein eternal night bild stell dir mal vor wir kommen turn 6 an und haben schon double eternal night und finden dieses trinket das ist ja der hammer also da bin ich sehr gespannt early eternal night finden plus dieses trinket ist quasi fast ein win sehr sehr geil also ich hoffe fast ein win vielleicht sind andere klassen noch mehr overpowered kommt auch vielleicht gleich zu ähm dann haben wir den feral talisman da haben einfach die minions plus 2 plus 1 lohnt sich natürlich das ist so eine aura und lohnt sich besonders je mehr man spawnt von daher passt das super zu untoten dann haben wir äh stuff of the scourge äh rache 5 und da bekommt ein random friendly minion reborn da das rache ist und in combat auslöst wird dieses reborn nicht permanent sein kann aber in fights natürlich ganz gut funktionieren besonders wenn man viel spawnt löst man ihn vielleicht mehr als einmal aus und dann lohnt sich das richtig äh und wenn man Platz hat auf dem board äh beschwört man eine copy vom ersten minion das man spawnt warte mal when you when you have space summon a copy of the first minion you summon each combat also man beschwört eine unit und dann hat man irgendwann ein board space und dann bekommt man die erste unit die man die in dem kampf beschwört hat nochmal wieder also einfach nur nochmal ein extra spawn besonders gut natürlich wenn man das irgendwie mit eternal night spawn kombinieren kann interessant und die großen trinkets die sind natürlich die große urne macht sieben attack auf alle untote dann haben wir das time piece achso und dann wird äh start of combat wird immer die attack und hp deiner minions auf das jeweils höhere gesetzt ne habt ihr eine sieben zwei unit kriegt die sieben sieben stets quasi sowas ähm butcher sichel die kriegt äh get a butchering und nen random untoten mit deathrattle at the start of each turn repeat this butchering ist mit sicherheit ein spell der einfach einen untoten auf dem board killt das gleiche was nen äh wie heißt er denn grave robber macht denke mal das wird butchering sein und und da kann man natürlich richtig gut untote mit farmen und in der kombination dass man dann permanent die todesröcheln auslösen kann und durch reborn sich triple erarbeiten kann damit ist wahrscheinlich sehr sehr stark die große version des des sacks ist ähm wenn man ein spell äh ausspielt bekommen die äh untoten plus 2 attack großer talisman sind noch mehr permanente stats in dem fall 5 3 für alles äh ähm dann haben wir die keychain der minions from tier 3 or lower have plus 6 plus 4 also nur die low tavern tier sachen haben diesen stat buff der ist natürlich dafür nochmal 1 1 höher als der talisman jetzt ist die frage was will man es kostet ein gold mehr ist dafür plus 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 1 plus 1 stats mehr aber begrenzt bis tavern 3 aber man beschwört natürlich sehr sehr viele tavern 1 units mit untoten und von daher ist das wahrscheinlich sogar die stärkere variante vor allem weil es auch billiger ist dann haben wir mug of the sire also richtig viele große trinkets haben die untoten ähm immer wenn du ein minion beschwören würdest das nicht in die warband passt also grad kein board space ist ähm bekommen deine mince plus 4 attack das ist auch eher so ein in combat ding aber natürlich ein instant buff bringt einem direkt gutes tempo aber ich weiß nicht ob ich das als großes trinket noch überhaupt mitnehmen würde kommt darauf an wo man dann ist zu dem zeitpunkt wenn man hinten dran ist ist es wahrscheinlich gutes tempo um aufzuholen und sicherzustellen dass man nicht rausfliegt wenn man eh schon führt ist das fühlt sich das wahrscheinlich ein bisschen zu schwach an würde ich sagen reinforced shield ähm whenever you summon a minion give it divine shield four times per combat du kriegst vier gottesschilde wenn du minions beschwörst vier klingt geisteskrank viel finde ich die ersten vier minis die beschwörst bekommen alle gottesschild ist zu viel ich wette die wird richtig schnell genervt hier auf drei oder zwei nur oder every second minion you summon oder irgendwie sowas die ist zu stark also wenn ihr reinforced shield mit einem spawn build bekommt nehmt es leute dann haben wir riven der porträt ihr bekommt ein titus ähm und am anfang des kampfes gibt ihr euren titus stelts und das ist alles was ihr wollt denn ihr wollt sie natürlich beschützen dass sie nicht gesnipet werden können und das macht stelts und ähm richtig strong vor allem weil sepp raus ist das heißt es gibt eigentlich kaum noch eine möglichkeit die zu snipen außer mit dem lucky cleave sehr sehr stark wenn man den passenden bild dazu hat vor allem sorgt titus dann dafür dass man noch mehr spawnt und keinen board space für diese spawn sachen hat also dadurch durch diese ganzen effekte wenn man keinen board space hat extra stets noch produziert not bad und dann haben wir noch die große lantern version dass man zwei kopien von der ersten von dem ersten beschworenen minion bekommt sobald man platz hat also auch das nochmal amplifiziert diesen spawn build not bad ja und damit gehen wir in beast und da erwartet uns einiges äh ich habe schon ein stück zu weit gescrawlt reden wir gleich darüber aber erstmal das neue minion was wir bekommen ist das gute mammutier und das hat ein todesröcheln beschwört ein zufälliges wildtier von tavern 3 äh 3 4 und 5 das ist natürlich nicht schlecht ähm vor allem weil die ja wieder todesröcheln haben könnten und das funktioniert dann natürlich mit golden besonders gut oder mit einer karte die wir unten sehen eine karte die zurückkehrt die wir alle lieben oder hassen gelernt haben leute frogger is back leute frogger ist zurück und wie toxisch kann er sein ja und ja wir werden uns dem hingeben müssen er ist wieder da äh das heißt wir werden titus mitnehmen kriegt ihr diesen äh dieses greater trinket mit titus und habt bereits den frosch let's go Leute dann geht's richtig rund ah ich habe irgendwas im Auge ja brauche ich nicht viel zu sagen ähm für alle die frogger builds noch nicht können gerne ein abo da lassen ich werde natürlich auch mal wieder ein frogger build spielen müssen dann und äh werde ich das hier natürlich zeigen der ara äh after this attack trigger a leftmost deathrattle accept this minions deathrattle diese klammer accept this minions deathrattle ist wichtig denn der leapfroger könnte ja auf den ara springen und dann könnte der ara wenn er als letzte unit übrig ist sich immer wieder selber triggern und größer werden durch frosch buffs und das verhindert dieses accept this minions deathrattle deswegen wichtig dieser change und dann haben wir den sly raptor wieder der beschwört einfach ein random beast und das kann ja auch wieder todesröcheln haben das heißt das hält diese diesen loop von frosch buff weitergeben einfach am leben ähm ja also der der big change ist eigentlich leapfroger sind back let's see leute let's see raus fliegt dafür red pack red pack war eigentlich eine key unit für leapfroger aber ich denke diese key unit kann der neue six drop gut ersetzen weil der halt weitere sachen spawnt mit todesröcheln vielleicht ist es erst mal nerf zu early frogger aber wir werden sehen das gifthorst ist raus auch das wäre wahrscheinlich mit leapfroger zu stark von daher passt das der gas coiler ist raus dafür haben spawnt der das mammut ja noch mehr als gas coiler und gas coiler konnte auch nicht wildtiere spawnen das muss man dazu sagen das mammut spawnt garantierte wild tier und untameable war eh so ein wild tier was man nicht viel gesehen hat aber gucken wir uns die trinkets dazu an lucky tabby oh tabby cat kennen wir noch sorry ich hatte irgendwas im auge ja also lucky tabby wenn sechs minions gestorben sind bekommt man einen random beast dazu also man spawnt noch mehr ja why not egal ob golden oder frogger beast lieben diesen trick haben wir tiger carving immer wenn ein befreundetes minion schaden bekommt bekommt ein anderes befreundetes ein zufälliges befreundetes minion zwei attack permanent also permanente attack buffs in einem frogger bild kann das ganz geil sein weil der frogger bild entwickelt sich über die zeit und braucht erstmal zeit bis der big wird auf dem board wenn man dann aber schon über eine gewisse zeit auf den units die man hat attack buffs gestackt hat und auch die early trades gewinnen kann dann wird es richtig heftig von daher kann das gut funktionieren im wildtieren glaube ich kommen jetzt den großen trinkets oh no dann haben wir erst mal die rose rache 3 gibt da seinen minions plus 3 plus 3 permanent und und macht ihnen einen schaden das heißt macht ihnen einen schaden soll mit dem mit dem blue bird sky sky blazer heißt er glaube ich ne funktionieren deswegen macht ihnen einen schaden und macht permanent das schaden permanent scaling ist auch dieses early scaling die frage ist möchte man das mit dem frosch weil den frosch möchte man nicht scale möchte eigentlich dass er stirbt von daher ist das eher so ein sky blazer ding glaube ich dann haben wir äh slammer sticker after you summon a beast in combat double its stats holy shit das ist natürlich wieder der traum von einem golden build man braucht den slammer nicht mal nicht mal ein board space für haben sondern man hat den effekt einfach und der kann nicht gesnipet werden slammer war toxic das besonders besonders toxisch war an slammer aber dass man die fahren konnte dass also zwei slammer der erste verdoppelt und der zweite hat dann quasi vervierfacht sowie multiplikation halt einfach funktioniert das problem haben wir nicht weil man natürlich nur ein greater trinket davon haben kann wobei es gibt den helden der zwei greater trinkets haben kann kriegt man double slammer ist man der king aber ansonsten ist muckler glaube ich so schon relativ gut und wir werden das mit sicherheit das ein oder andere mal sehen und dann gehen kriegen wir noch die große version vom tiger carving natürlich anstatt zwei attack macht er dann vier attack permanent auch das wird mit einem spawn bild wahrscheinlich nicht kombiniert werden mit frogger der zeit braucht mit golden der zeit braucht funktioniert das beides ganz gut so die letzten beiden klassen die wir noch nicht gesehen haben werden uns hier zusammen vorgestellt und das sind drachen und murlocs und da gehen wir noch ganz schnell rein dann haben wir erstmal wannabe gargoyle artwork finde ich mega witzig hier diese halbe start und der drache der so so goofy dahinter guckt er hat reborn und er rebound mit seinen vollen attack das heißt normalerweise rebound ja mit ihren vanilla stats und einem hp also vanilla attack plus einem hp der rebound aber mit den attack buffs und das kann unter umständen ganz gut werden müssen uns aber erstmal den und die goldene version kriegt auch die vollen hp das ist besonders gut bei rebound muss man sagen aber wir werden uns erstmal den rest angucken ob drachen überhaupt in zukunft haben denn letzte meter waren sie jetzt nicht so stark 96 drop murloc merglen burglar finde ich auch witzig das artwork after you play a murloc also immer wenn man murloc spielt bekommt ein befreundetes minion also kein murloc und ein minion in der hand also befreundetes minion ist auf dem board und ein minion in der hand ist klar plus 6 plus 6 es geht ein bisschen in dieser hand buff murloc richtung die man zuletzt auch nicht viel gesehen hat von daher bin ich gespannt ob wir wieder mehr hand buff murloc sind und dann sachen die geändert oder zurückkommen honscho early honscho mit den hp waffs kann gut funktionieren also wenn man einen murloc spielt bekommt ein anderer befreundeter murloc plus 1 hp und den auf 1 zu sehen ich glaube früher war er plus 2 hp war aber nie tervern 1 sondern er war tervern 2 das heißt er wurde auch geändert aber da kann man natürlich early hp stacken murloc kennen wir alle gut kommt auch genau so wieder wie wir ihn kennen plus 2 plus 2 hand buff solide auch der twilight emerald kennen wir so ist jetzt nichts besonderes den warping sehen wir und da werde ich mich sicherlich das ein oder andere mal drüber ärgern wenn wir das schaffen den immer zu dodgen und nicht zu nichts zu attackieren und er jedes mal mit immunität den free trade kriegt aber auch ansonsten kennen wir den immunität natürlich starke grundstats aber was mir fehlt ist wie sollen drachen das relativ schnelle early game vieler anderer klassen überstehen um dann im late game mit warping und auch mit mit sowas wie wie ihm hier dann ein scaling mit kaligos aufzubauen sehe ich aktuell noch nicht gucken wir uns jetzt die trinkets an ob die das vielleicht ermöglichen erstmal fliegt raus rock pool hunter nutzloser tervern 1 murloc meiner meinung nach 1000 paper drake das ist der der drache der wind view gibt finde ich gut dass er rausfliegt der war mit glim guardian im early toxic very hungry winter finner welcher tier 2 murloc ist denn das weiß ich jetzt aus dem kopf nicht mergel mark 2 war eigentlich eine cooler rache murloc hat man aber zu wenig gesehen mark murloc für kraucht schade weniger cycle murloc bild vielleicht aber deswegen mehr in die hand murloc richtung night bane haben wir eben schon besprochen bei untoten und murloc geht raus auf 5 ich weiß nicht ob der da das ersetzt murloc war eigentlich eine coole karte die hat geile plays mit dem stil aus dem letzten gegner ermöglicht und so murloc mochte ich eigentlich immer sehr auch außerhalb von drachen mochte ich einfach sehr sehr gerne naja so ist es leider wir gehen in die trinkets und die trinkets sind die allianz keychain also keychain hatten wir eben schon von der horde jetzt haben wir die allianz noch first time friendly minion dies also das erste mal dass ein befreundetes minion im kampf stirbt werden die maximalen stats einem anderen befreundeten minion gegeben das ist krass vor allem wenn man vielleicht einer großen unit spott gibt als einziges könnte das krass werden müssen wir mal schauen welcher porträt ja wenn man belcher porträt dann geht man full toxic oder was man bekommt ein belcher und immer wenn ein befreundetes minion venom verliert bekommt es plus fünf plus fünf das heißt der gibt natürlich venom und damit skate man sein board so bisschen nach und nach ich bin gespannt dann haben wir hier den dragon wing glider kostet nur ein gold ist natürlich sehr günstig und immer wenn du eine karte spielst das bekommt ein freundes drach plus drei attack beliebige karte spielen ja wie immer sehr gespannt ob das plus attack ausreicht das trinket spielt natürlich ganz ganz stark damit zusammen dass er rebound mit seinen mit seinen attack hat man den als einzelnen drachen und skate den ein bisschen mit dem dragon wing glider muss man danach trotzdem keine drachen spielen aber man hat einen drachen mit high hp der mindestens zwei trade macht weil der mit den hp rebound von daher mal sehen auch die murlocs bekommen scheinbar hier einen ein gold trinket nörglich facebook heißt das ganze after you play a minion if your last most minion in your hand plus three plus three also hand buff gar nicht speziell murloc sah jetzt nur wegen dem artwork so aus ist auch wegen dem hand buff natürlich so gedacht aber kann alles buffen und man kann einfach ein beliebiges minion spielen um dann das linke minion zu buffen mal gucken rock music box am ende des zuges bekommt man einen random battle cry das soll natürlich in die kaligos richtung gehen mal gucken ob das ausreicht um kaligos zu enablen bei das trinket lesser trinket bekommt man turn 6 da weiß man noch nicht ob man kaligos finden wird oder nicht smuggler kennen wir das ist early game pirates auch günstig early game drachen auch günstig zu bekommen man bekommt einen web smuggler und die web smuggler selber sind drachen das ist immer das große problem gewesen web smuggler kriegt man nicht gescaled als neutrale unit und dann hatte man immer so eine schlechte unit die man irgendwann gehen lassen musste jetzt ist er selber ein drache und scaled mit und das macht ihn besonders stark von daher selbst wenn man keinen drachen hat kann man das nehmen und dann zum beispiel mit sowas wie twilight nur den web smuggler hoch buffen und hat schon mal eine gute unit von daher kann man die dann auch behalten in einem kaligos bild und dann kann der kaligos bild hinten raus vielleicht ganz gut werden also dass dass die dass man den web smuggler bekommt günstig das ist das eine das sei mal dahingestellt ich glaube der größere trick ist dass die web smuggler als drachen gelten das macht den wirklich bis ins late game spielbar dann haben wir das training certificate am anfang des kampfes werden die stats von den zwei niedrigsten attack minions gedoubled nach wo sind wir ist das gut die niedrigste attack minions ja wenn die high ap haben ist das vielleicht gut muss man dann mal schauen aber finde ich für vier relativ teuer und es sind die niedrigsten weiß ich nicht dann haben wir noch die das medaillon hier und das ist auch am anfang des kampfes bekommen einfach alle minions plus zwei plus zwei also ein reiner tempo board buff nicht permanent aber gibt ihr erstmal tempo kann gut funktionieren warum nicht ach so warte mal ist web smuggler denn aktuell normal drin oder ist die nur darüber zu bekommen ne die ist normal noch drin ne ja ja dann geht das okay dann haben wir die großen trinkets die sind natürlich spannend die große keychain der allianz bekommen jetzt zwei minions die stats von dem ersten minion was stirbt okay man bekommt den belcher nochmal und bekommt plus 15 plus 15 wenn die wenn im verlieren das ist natürlich richtig gutes scaling dann haben wir hier brand bornspiel porträt man bekommt sehr günstig einen brand und deine brands sind murlocs und drachen und jetzt wird es geisteskrank stellt euch vor ihr habt einen smuggler und ihr habt einen brand und die zählen beide als drachen und ihr könnt die mit kaligos scalen dann ist jeder nachteil den man vorher hatte dass das neutrale units waren ist dahin und dann könnte es sogar funktionieren dass man wirklich mit kaligos loslegt weil man die mitscalen kann und das ist wirklich nicht ohne also glaube ich smuggler plus brand wäre eine trinket kombination die wirklich kaligos wieder ermöglichen finde ich sehr sehr spannend im murloc bild ja auch da kann man die mitscalen warum nicht dann haben wir den großen glider der gibt einfach plus 6 attack an einen drachen wenn man eine karte spielt dann haben wir noch dream catcher der am anfang des kampfes werden die attack der drachen auf die höchsten aus deiner ganzen warband gesetzt also alle drachen haben dann die gleich hohen attack was auch nicht schlecht ist das heißt wenn ihr ein frühes geld habt zieht ihr quasi alle drachen nach dann haben wir get a dreamers embrace at the start of each turn also das ist dieses löst einen kampfschrei aus zauber auch das kann gut mit kaligos funktionieren aber eigentlich wollt ihr dass der brand ein drache ist ich glaube das wollt ihr mehr als alles andere dann haben wir die große version von dem buch auch hier das ganz linke million kriegt doppelt so viel stats jetzt plus 6 plus 6 und auf der hand kriegt ja auch noch mal diese stats also hand buff murlocs ganz klar tiny fin haben wir dann noch am anfang des kampfes bekommt das ganz linke minion die stats der höchsten hp und in der hand auch das voll und ganz murlocs hand murlocs und die große medaille bekommen einfach die minions plus 5 plus 5 board buff ich denke das ist eher wenn du turn 9 schon zu viel schaden bekommen ist unter damage cap fällt und angst hast zu verlieren dann nimmst du das ansonsten kann ich mir nicht vorstellen dass das wirklich ein richtig geiles trinket ist wenn du möchtest eher irgendein geiles trinket was dir ermöglicht mit dem bild abzuheben das heißt das brand trinket eventuell hier das tiny fin trinket wenn du wirklich die hand buff route gehen willst so sachen ja ich denke das ist es eigentlich das fasst es gut zusammen wir gehen hier nochmal nach oben was war denn eine ganz interessante karte hier der drache und der neue murloc ich hoffe wir werden wieder kaligos sehen wir werden definitiv das eine oder andere mal frogger sehen max könnten toxic werden who knows schaut euch gerne das andere video dazu an und wenn ihr gerne gameplay zum neuen patch sehen wollt season 8 dann hier ein abo da lassen und mir das mit einem daumen nach oben zeigen wenn euch die video reihe zu diesem update gefallen hat wie gesagt morgen 19 uhr sollte der patch live gehen wir sind live auf twitch und schauen uns das ganze zusammen an schaut gerne rein ich freue mich euch im chat zu lesen und ansonsten habt eine geile zeit ich bin raus